Aufgrund meiner Tätigkeit in der Leitstelle bei den Verkehrsbetrieben ist der ÖPNV und Straßenverkehr mein täglich Brot. Die Straßen sind die lebendigen Adern unserer Stadt. Doch aufgrund deren Zustand stehen wir hier vor dem Kollaps. Ein Problem, was nicht nur den Autoverkehr betrifft, sondern auch den Nahverkehr. Die Bürger für Zwickau sind unabhängig und ideologiefrei. Als zugezogener Zwickauer habe ich diese Stadt in den vergangenen über 20 Jahren nicht nur kennen, sondern auch lieben gelernt. Wer Veränderungen möchte, kann sich nicht immer nur auf andere verlassen. Und wer etwas erreichen will, der muss selbst kräftig mit anpacken. Dann freue ich mich für die Stadtratswahl am 9.06. auf drei Kreuzchen für die Liste 4 BFZ, Platz 15 Erik Wienfeld.